Warum werden reicher, werden Reiche immer reicher? Das ist ja eine Frage, die sich sehr viele stellen. Warum werden Reiche immer reicher? Oder ist das vielleicht gar nicht der Fall? Viele regen sich darüber auf, warum ist man überhaupt so reich? Da kommt teilweise von der Politik Idee, man müsste sie besteuern, extra und unreichensteuern, was da alles für Ideen kommen. Aber fällt denn der Reichtum vom Himmel? Oder wird man reich geboren? Nee, ist nicht der Fall. Ich behaupte mal, jeder kann reich werden, zumindest mehr auf sich machen, als wie bisher. Da kann man ja Reichtum auch unterschiedlich bewerten. Es muss nicht nur finanzielle Reichtum sein, es können auch andere Sachen sein, die einen reicher machen. Aber ich will mich hier mal ganz speziell natürlich auf das Finanzielle mal so ein bisschen oder auf die Persönlichkeitsentwicklung allgemein mal ein bisschen darauf stützen. Ich bin kein Persönlichkeitsentwicklungsguru oder irgend so was. Ist klar, davon jetzt keine große Expertise in dem Sinne. Aber ich gucke mir gerne auch solche YouTube-Filme an, zum Beispiel, wie zum Beispiel, es gibt einen, der heißt Robert Betz. Der ist, finde ich, was das angeht, echt super geil. Der macht viel auch, ja, schon wirklich sehr tiefgehend auch. Es gibt aber auch Business-Menschen, so wie zum Beispiel Jochen Schweitzer. Ihr kennt ihn vielleicht, der diese Erlebnisse verkauft, beziehungsweise der auch Bungie-Jumping macht und auch mehrere Bungie-Anlagen betrieben hat. Also auch da, der hat jetzt aktuell einige Podcasts gegeben, sag ich mal, von einigen YouTubern. Bei HeyAran war er ja auch bei anderen. Und es lohnt sich wirklich mal ihm zuzuhören. Jemand, der Bock auf Business hat, der das interessiert, das Thema, ist das echt wichtig, weil der erzählt hat, der hat irgendwo auch ein neues Buch geschrieben, der Jochen Schweitzer. Also er erzählt auch davon, wie man oder was es für ein Mindset braucht, um letztlich reich zu werden. Wenn alle anderen sagen, das geht sowieso nicht, das schaffst du nie, dann zu sagen, dann erst recht. Ich will mal das Mindset einmal, mich mal auf diesen Schwerpunkt Mindset mal stürzen heute in diesem Video. Was braucht jemand, der sich zum Guten verändern möchte, der, ich sag mal, der mal reich werden möchte, was auch immer es bei ihm mag. Sagen wir mal, finanziell reich sein zum Beispiel, der muss auf jeden Fall beharrlich sein. Gehen wir mal davon aus, man hat ein Business, nehmen wir meinetwegen das Automaten-Business, ist ja egal, was man da nimmt. Ja, was ist jetzt? Ja, jetzt hat man einen, was muss man haben? Erstmal, du brauchst, du musst erstmal überhaupt anfangen, ja? Erstmal was zu machen, das ist das Erste. Also erstmal, ob man die Idee zu haben und dann erstmal anzufangen. So, und dann ist es so, dann hat man wegen dem Automaten stehen. Dann geht was kaputt. Das ist alles vorgekommen. Was macht man dann? Oh, scheiße, das mache ich jetzt. Mist, kacke, alles scheiße. Nee. Weitermachen, gucken, wie kann man das reparieren? Kann ich das selber machen? Wenn ich kein Geld habe, kann ich Dinger selber machen? Und so weiter und so vor überlegen, wie schafft man das? So, wo kriegt mir eventuell Hilfe her, wenn ich das hier reinhinkriege? Und, und, und. Eventuell sagen, gut, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht kann, dann lerne ich das. Damit ich es dann kann. Jochen Schweitzer hat ein tolles Beispiel gebracht, zum Beispiel. Der hat gesagt, dass er einmal eine Rede halten sollte vor einem Riesenpublikum. Und das war wohl einer seiner ersten Vorträge, wo er gebucht wurde. Und dann, sagt er, hatte er da eine Gage von 3.500, 4.000 Euro bekommen. Und dann tritt er da auf, sagt er, er hat gestottert, er konnte überhaupt nicht richtig, beziehungsweise hatte ein Thema, was eben nicht so richtig gecatcht hatte. Er hat wohl irgendwas gesagt, was auch die Zuschauer nicht interessiert hätten und so weiter. Oder was kam halt nicht gut rüber. Und am Ende war es sogar so, dass manche sogar rausgingen aus diesem Seminar. Muss ich mir vorstellen. Und er war darüber so unglücklich, er sagte, er hätte auf der Stelle verschwinden können hinter dem Rednerpult. Er sagte, er wäre viel zu dick dafür und war viel zu klein aus dem Rednerpult. Er wäre nicht gegangen, er musste da durch letztlich. Aber das war eben so unangenehm. Und was hat er gemacht? Ist er ja nicht gesagt, oh scheiße, ich kann ja gar nichts und ich schaffe das alles nicht und ist ja alles kacke. Nee. Was hat er gemacht? Er hat sich noch nachts, am selben Abend, einen Tag danach, hat er sich überlegt und geguckt, was kann er machen. Und dann hat er im Internet recherchiert und so weiter. Und dann hat er einen Business-Coach gefunden. Jemanden, der sich damit auskennt, der rhetorisch gut drauf ist. Also ein Rhetoriker, der rhetorische Kurs und sowas anbietet. Was hat er gemacht? Er hat den morgens um 6 Uhr angerufen. Und dann hat wohl derjenige welche gesagt, hey, was rufst du mich jetzt an so ungefähr? War ein bisschen genervt schon bald. Und dann meinte der, der Jochen Schweizer wohl zu Ihnen, naja, hätten Sie, dass ich gewollt, dass jemand anruft zu dieser Uhrzeit, hätten Sie ja bestimmt das Telefon ausgestellt. Da war erst mal still, sagte er, am anderen Ende. Und dann hat er kurz überlegt, derjenige. Und dann sagte er, ja gut, kommen Sie her, wenn Sie wollen. Und dann hat er auch einen Schweizer wohl gefragt, ja was kostet das denn? Und dann hat er gesagt, 300.000 Euro. Oh, oh, sagte der Schweizer, oh, so viel. Fand er viel, aber er hat es gemacht. Er hat auch gefragt, wo er sich treffen könnte. Das war wohl in Barcelona, war wohl der Coach. Und er war wohl auf Ibiza oder was zu dem Zeitpunkt. Und er konnte mal eben kurz rüberfliegen. Gut, kann ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es war wohl alles möglich. Er hatte es schnellstmöglich, er hat am selben Tag, hat er noch diesen Coach gemacht. Und hat wohl bis spät in die Nacht mit dem Coach trainiert, gemacht und getan und so weiter. Jetzt sagt er, mittlerweile hat er mehrere tausend oder mehrere hundert Vorträge gehalten, wo viele Leute da waren, was teilweise Spitzenklasse war. Also was will ich damit sagen? Wenn man was will ich kann, muss man es lernen. Punkt. Ganz einfach. Und das Unternehmen war sowieso. Also wenn man Geld verdienen will, wenn man reich werden möchte, egal was, reich an Erfahrung, reich an Geld und so weiter, dann muss man weitermachen, dann muss man das lernen, bis man es kann. Ganz einfach. Dann gibt es dann keine Diskussion letztlich. Und dann kommt man auch eine Etage höher. Keiner wird hundert Millionen Euro machen oder was, das ist vielleicht klar. Aber man kann besser werden, als man vielleicht jetzt ist. Also, Beharrlichkeit, dranbleiben. Wenn was nicht klappt, gucken, wie kann man es machen, Lösungen finden. Das ist ein Unternehmer. Dann auch Lust auf Neues. Wie oft ist es so, dass vier pleite gehen? Ja, meine Güte. Dann gehen sie halt pleite. Ein guter Unternehmer sagt, weg mit dem Scheiß. Ich mache was Neues. Ich unternehme was anderes. Ich bin Unternehmer. Es ist egal, was ich mache. Ich schaffe, ich gucke was Neues. Das schaffe ich schon. Ich komme wieder auf die Beine. Johann Schweitzer hat davon berichtet, dass er einen Todesfall hatte bei seinen Bungee-Anlagen und dass jemand gestorben ist. Und der hat dem Vater, dessen Sohn verstorben war bei dieser Anlage, der hat dem Vater versprochen, ich mache alles zu, ich mache das nicht mehr, ich mache alle Anlagen dicht und mache was anderes aus, so nach dem Motto. Hat er auch gemacht. Er hat das sofort zugemacht, alle Anlagen, weil er wusste auch nicht, was Sache war und was das passiert ist und warum das sei gerissen ist und so weiter. Ja, er sagte, er war komplett pleite. Die Anlagen waren zu, die haben Millionen gekostet. 40 Anlagen waren das wohl. Der hat mir sein Geld verdient. Plötzlich pleite. Tschüss. Aber er hat was anderes gemacht. Er hat sich neu orientiert und hat sowas ähnliches und hat dann Erlebnisse verkauft und so weiter. Ja, der hat nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, oh scheiße, was jetzt? Das hat eine Million gekostet, sagte er. Eine ganze Existenz. Er musste ein Haus verkaufen. Er hat alles verloren, sagte er. Seine Frau und so sicher, was er also aufzählte. Er musste alles. Er hat nachher eine Mietwohnung gehaust und konnte selbst Siko noch bezahlen. Ja, er musste sich wieder neu erfinden und jetzt ist er wieder bei einer riesen Unternehmung, hat viel Geld und so weiter. Er hat neu angefangen. Also ein Unternehmer, der hat auch Bock auf was Neues. Und wenn Olymp, vielleicht kennt ihr diese Schreibmaschinenfirma, na, wenn das nicht mehr funktioniert mit Schreibmaschinen, hätte man auf Computer umstellen müssen. Das ist aber das Thema dabei. Das haben die nämlich nicht verpasst. Das haben die verpasst, deswegen sind die Päne gegangen. Und da gibt es viele. VW, bestes Beispiel. Wenn ich weiß, dass das nicht mehr läuft, dann muss man was anderes machen. Vielleicht Elektrofahrzeuge oder auch andere, was weiß ich, was noch für Fahrzeuge gibt, vor die man umsteigen könnte, theoretisch. VW hat doch das Geld letztlich. Zu sagen, oh, Pleite, müssen wir Betriebe schließen. Ja, dann mach was Neues. Dann seid innovativ. Damit da was bei rumkommt. Damit wir die Führenden in Europa oder gar in der Welt sind. Nicht die Chinesen. Nicht BYD. Das Elektrofahrzeug, was ist noch massenweise von China hierher von uns importiert. Oder Tesla. Der baut hier ein Werk. Ein Elektroauto. Der verkauft hat mehr Tesla hier in Deutschland schon fast als sonst wie. Also, ich sehe immer mehr Tesla. Also von wegen, Elektro geht nicht. Natürlich geht das. Er hat sogar eine Factory aufgebaut, wo alle meinten und alle nur rummeckern, äh, keiner will Elektroauto haben. Ja, aber der zeigt nur, dass es geht. Der verkauft so viele Autos, auch hier in Deutschland mittlerweile schon. Also auch da. Und auch Tesla war ja mal kurz vor der Pleite. Also auch da entscheidend wichtig, dass man dran bleibt, dass man innovativ ist als Unternehmer. Und dann kommt man auch weiter. So. Dann. Sich stetig zu entwickeln. Auch entscheidend. Sich stetig wieder zu entwickeln halt. Ja, auch sich selber neue Skills anzueignen. Wenn man was nicht kann, muss man es halt üben, bis man es kann. Und wenn das notwendig ist für dein Business, dann musst du es eben können. Ganz einfach. Ja. Also auch da, sich weiter zu entwickeln. Und wenn was schief läuft, wie gesagt, nicht dran aufhängen, sondern weiter geht's. Ne. Und eben lernen auch Learnings. Wenn man etwas, das Schöne ist dabei, sagen viele, auch viele Profis sagen das und auch viele gute Businessleute sagen, aus den Fehlern habe ich am meisten gelernt. Aus den Fehlern, da wirst du stark. Die guten Sachen, das vergisst du ja wieder. Aber aus den Learnings der Fehler, dass du es nicht mehr besser machst, da lernst du am meisten. Das macht erfolgreich. Die Leute, die am meisten Fehler machen, die werden nachher am erfolgreichsten sein, bin ich ganz sicher. Weil die daraus lernen und es dann entsprechend besser machen. Das sind die guten Unternehmer. Und das sind die, die nachher von wenig Geld viel Geld machen. Weil sie das Richtige tun, das Richtige Mindset haben und entsprechend sich weiterentwickeln. Und da geht es nicht nur ums Geld. Wenn man sich weiterentwickelt, kommen das andere automatisch hinterher. Ganz einfach. Das ist ja Automatismus. So und mal das Gegenbeispiel. Es gibt einen Lottomillionär. Vielleicht kennt ihr den auch. Der war auch schon ein paar Mal in den Medien usw. Das ist so ein Ehepaar gewesen. Die hatten eine Million gewonnen oder mehrere Millionen, zehn Millionen oder was. Das eine ist das erste, was er gemacht hat. Er hat erstmal irgendwie ein Autohaus, hat sich erstmal zwei Euro gekauft, hat all seinen Verwandten und Bekannten irgendwas Tolles gekauft da. Hat sich erstmal ein neues Haus gekauft, einen dicken Swimmingpool, was mittlerweile vergammelt. Der Riesengarten, der ist mittlerweile fast schon ein Unkrautwald oder so, weil da keiner mehr was pflegt. Das ist doch das, verstehst du? Der hat nur konsumiert. Der hat überhaupt nichts daraus gemacht. Und der ist nach zehn Jahren war der genauso arm oder reich wie vorher. Also, warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer oder die Armen bleiben arm? Weil sie eben nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, weil sie nicht wissen, wie man sich weiterentwickelt, weil sie nicht wissen, wie man das, was man hat, daraus mehr macht. Das ist das Entscheidende dabei. Ja, die haben diese Mindset einfach nicht. Die sind eher, ja, vielleicht Leute, die sicherheitsbewusst sind. Ja gut, die lieber angestellt sind, ist ja auch alles in Ordnung. Aber das ist oftmals welche, die haben keine Verantwortung, müssen sie auch nicht haben im Job meistens. Nehmen ein paar Feierabend, gehen sie den Schiff weg oder was auch immer, was sie machen, das Werkzeug. Und dann geht es halt nach Hause, wird geduscht oder so. Und dann geht es halt ab und essen. Sonst nicht mit der Frau spazieren vielleicht noch. Ja, morgens abends ins Bett gehen und dann morgens um sieben klingelt der Lecker wieder. Und das geht dann fünf Tage die Woche so. Ja gut, da entwickeln sich natürlich auch nicht viel, das ist klar. Aber wer eben unternehmerisch Bock drauf hat, wer reich werden möchte, der muss was dafür tun. Reichtum kommt nicht vom Himmel. Das hat was mit Arbeit zu tun, das hat was mit Weiterentwicklung zu tun. Und das macht ja auch Spaß, man merkt, man kommt weiter, man entwickelt sich weiter. Auf allen Bereichen ist das ja, es ist ja nicht nur, dass man irgendwie mehr Geld hat, sondern man wird ja auch ja, persönlich auch eine andere Persönlichkeit haben am Ende. Man entwickelt sich auch persönlich weiter. Das ist auch das Geile dabei. Natürlich, und da muss man was riskieren, logischerweise. Wenn man nichts riskiert, dann gewinnt man auch nichts. Aber der, der was riskiert, der gewinnt auch was. Das ist fast, das ist immer so. Das ist einfach so. Und deswegen kann ich nur sagen, in der Sache, warum werden die Reichen immer reicher? Ja, ganz einfach, weil das Mindset stimmt, weil sie wissen, wie man aus dem, was man hat, mehr macht, weil die sich entwickeln und weil sie Bock auf Neues haben, weil sie Bock drauf haben, sich weiterzuentwickeln und größer zu werden, besser zu werden, sich selbst zu verbessern und immer für sich selber ein Level höher zu kommen. Und das ist sicherlich das Erfolgsrezept. Und dann werden auch die Reichen, deswegen werden die Reichen immer reicher und dann wird es auch du und ich und alle, wenn wir uns so verhalten, wenn wir das richtige Mindset haben, werden auch wir uns immer weiterentwickeln können und damit auch immer eine Stufe höher uns entsprechend bewegen. Ob es jetzt in Persönlichkeit ist, ob es auch finanziell ist oder vielleicht in anderen Geschichten, das ist einfach so. Und deswegen werden die Reichen immer reicher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.